hallo und herzlich willkommen zum zweiten teil unseres angezockt dredge eine gebeugte frau kommt die stufen des leuchtturms das willst du ja diese bild zu okay genau ich wollte ich hier sehen fest zufällig nach osten richtung kleinmarkt könntest du zu dem dock arbeiter dort bitte dieses paket zu stellen nicht ins lager ok das ist das was ich am anfang der ersten folge meinte dass es eben mehr gibt als mit fischen oh nein ich wollte ablegen und nicht schlafen aber schnell darüber bevor das wirklich verdirbt gut 25 dollar haben wir gekriegt dafür hier gibt es einen händler er kauft also schmuckstücke also wir können auch hier übernachten wenn wir jetzt mal nicht mehr zu hause kommen wollen oder so aber wir suchen ja immer noch diese schwarzen dingsbums da eine mission hinzugefügt ich hatte eben gehofft dass ich das schaffe so sind eh keine fische also ab nach hause keine hause haben wir genug schon wieder panik ja 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 Okay. Waschentuch. Jetzt haben wir im Lager dieses Taschentuch und ein Forschungsteil. Ah, ich muss mir das ansehen, aber nicht hier. Ich treffe mich auf der Schwarzfelseninsel, verlasse für die Bucht Richtung Süden. Dann gucken wir uns mal die Karte an. Erstmal gucken hier, Kajüte. So, die Karte. Da ist was, da ist was. Auf der Rückseite von Großmarkt ist was. Zu Süden wäre da, das heißt, da sollen wir hinkommen. Enzyklopädie, haben wir auch wieder was gefunden. So, und Mission, trifft ich auf der Schwarzfeld. Einen schwarzen Zackenwalt brauchen wir noch, um das fertig zu kriegen. So, aber, das ist nachts 20 Uhr, also schlafen wir mal. So, und laufen direkt aus. Das könnten diese schwarz-zacken Barsche sein. Aber das könnten wir uns ja auch einen Rückweg an. So, ich werde jetzt nicht anlesen. Okay. So, ich werde jetzt wieder rein. du bist gekommen und ich will mich vorstellen ich bin sammler ich sammle viele dinge kunst artefakt schätze wahrheit kurios und selbst und so weiter ok ein ring eine heizkette eine uhre musikton schlüssel ok so gucken wir mal weiter kajüter missionen suche nach relikten zwölf prozent des buches haben wir gelesen so wir wollen ablegen nicht dagegen fahren das sieht ja nach makrelen aus die sind jetzt nicht so interessant ich glaube die hier das sind diese schwarzen zetten wasche die brauche ah nee das ist was anderes das ist ozeanisch dann brauchen wir hier das sind normale die wollen wir eigentlich nicht also wollen wir schon aber ich möchte jetzt die aufgabe abschließen das ist kabel ja und das ist eine blaue makre das ist auch nicht das was wir suchen ich will in so noch mal handler Nein, das sind die. Die wollen wir im Augenblick auch nicht. Das sind Aale. Ich weiß, es ist schon wieder dunkel. Da haben wir sogar einen besonderen gefunden. Gut, jetzt aber nichts wie nach Hause, bevor er hier noch Panik schiebt. Ach so, das ist ein Leuchtturm, den habe ich jetzt inspeiziert. Okay. Da habe ich wieder was Besonderes gefunden. Wow. So, ab zum Fischhändler. Ja, habe ich. So, das hat richtig Geld gebracht. Den packe ich mal ins Lager und den packe ich ins Lager und den Rest verkaufe ich. So, das was ich im Lager habe. Gut. Rückseite vom Großmarkt. Ach, deswegen wollte der mit seiner frisch vermählten dahin, weil der wachsam suchen ist. So, okay. So, das ist 5. okay die haben wir die architekten okay Ein Krabbenkorb. Das packen wir mal ins Lager, das gucken wir uns an, mehr Platz, mehr Befestigungspunkte für Ausrüstung und einen besseren Rumpf, da fragen wir natürlich erstmal, wie wir ins Material kommen. Zwei Angelplätze zusätzlich, vier Netzplätze. Ist aber alles jetzt in der Demo nicht verfügbar, leider. Was wir können, können hier bei der Schiffsbauerin. So. Na, da haben wir dann so einen neuen Motor. Boah, das kaufen wir jetzt noch nicht, ich denke mal, der ist erstmal schnell genug. Dann schlafen wir mal runter. So, was haben wir im Lager? Das nehmen wir mal mit. Gehen wir mal zum Fischhändler. So, da haben wir alles verkauft, da war aber jetzt nichts besonderes bei, oder wie? Okay. Wir laufen mal aus. Haben wir denn irgendwelche 72%? Ja, die Karte. Da müssen wir hin und da müssen wir hin. Dann würde ich sagen, fahren wir mal da hin. Die Enzyklopädie. Okay. Und Missionen. Zweimal Bauholz, zweimal Schrott. Oh, da haben wir reichlich Aufträge, ne? Da sind alle. Ja, wir fahren mal da hin. Das sind Fische, die wir noch haben. Ah, wir haben's. Wir haben's. Das sind Fische. Haben wir noch nicht. Oh, sag mal. Kriegen wir nur einen einzigen von mit. Reicht aber auch erstmal. Ach, hier legen wir mal an. Da haben wir schon einmal hingelegt. Sind wir das schon mal los? Guck mal, hier ist es. Das ist ein Wrack, wenn ich das richtig sehe. Ups, das ist er. Gut. Das laden wir aus. Das ist da. Sehr schön. Von meiner Kajüte. Okay. Ja, wir sind lange genug unterwegs. Wir schlafen erstmal eine Runde. Damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Ich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschuss. Sous Vielen Dank.